... Das ist ein bisschen krass. Das ist ein bisschen krass. Das ist das erste Mal von der CD. Können Sie mir mal einschalten können? Wir haben ja auch ein bisschen die Gene oder vom Soundcheck. Das ist ein hoher Soundcheck. Das ist ein bisschen der, also ja, so wie ich heute habe, vor, ja, drei Wochen relativ heißer Ausschiebungen, vor allem, dass ich mir das getaft habe, das tötigt. Das ist alles eigentlich. Ich schiebe es dann nebenher. 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 Man schiebt ja das nur auf DSG. Ja, ja. Dann kannst du es sofort machen. Das ist ein Liederspieler. Das ist das Liederspieler. Der Fink der Sieg. Und den beiden ist er jung. Das ist so ein Liederspieler. Ich hab jetzt Frau aus. Der Fink der Sieg, der so nachher ist ja jetzt, ja, dann da ist die Kilometer, das sieht man ja vor. Das ist der nächsten Liederspieler. Ich hab gar nicht im Endeffekt geliebt. Ich hab's kurz gemacht, aber ich hab's schon gemacht. Was hast du denn gemacht? Wie zum Beispiel da hinten ist jetzt mal der... Nee, auf Wappen. Ja? Ja? Dauert nicht gut. Ja? Ja? Entschuldigung. Nee, gar nicht mehr. Du willst das denn haben auf die? Na, sag mal, was ist der Wappen? Ich seh' ihn im Schlecht. Alle anderen wollen... Was ist das denn? Ja, nein, nein, nein. Das geht doch besser raus. Ja, dann kann's da... Das ist aber schlecht für die Augen, was du da machst. Ja, genau, zeig noch neben mir. Ja, genau. Ja, genau. Mm-hmm. Nee, nee. Ja, genau. Jan. Okay, jetzt bist du ja nicht vorbei. Aber ja, das ist doch so. Ja, das ist das. Ja, ja, ja. Ich bin dabei.